Denn schon seit 51 Jahren streife ich umher durch alle Länder der Welt, wo die Kirche und die Menschen in Not sind. Oder bin ich auf der Suche nach Menschen, die mir helfen wollen, diese Not zu lindern. Die Menschen sehen besser als wir denken. Sie warten nur auf das brennende Wort, das ihr Herz entflammt. Denn schon seit 51 Jahren streife ich umher durch alle Länder der Welt, wo die Kirche und die Menschen in Not sind. Oder bin ich auf der Suche nach Menschen, die mir helfen wollen, diese Not zu lindern. Ein guter Hut ist ein bisschen beschädigt. Es sind ein paar Löcher drin. Also besser, keine Münzen, sondern Papier, Banknoten. Die Menschen sehen besser als wir denken. Sie warten nur auf das brennende Wort, das ihr Herz entflammt. Musik 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 Musik